Dieser Mercedes wurde bei Porsche in Zuffenhausen gebaut. Und das liegt daran, dass seine Karosserie so breit war, dass sie an drei Stellen nicht mehr durch die Fertigungsstraße bei Mercedes gepasst hat. Denn unter dieser Motorhaube ist kein normaler Motor, sondern der 5 Liter V8 Motor aus dem SL500. Und damit der reinpasst, wurde die Karosserie massiv verbreitert. Und jetzt weißt du auch...